Warum hat man sich entschieden, hier nach Polen zu kommen, Katowice zu sehen, zu besichtigen, was war der Grund, was war die Ursache? Ja, also für uns, also neben dem Walletweit, war es natürlich eine super Möglichkeit, hier nach Polen zu kommen, um einfach verschiedene Städte anzuschauen. Bis jetzt hatten wir eine richtig tolle Führung, wir haben sowohl alte Stadtteile als auch ganz neue gesehen, haben einen Einblick in die Kultur bekommen und natürlich auch einen Vorgeschmack hoffentlich auf das gute polnische Eis. Genau. Was sind deine Erinnerungen aus diesem Geis am Polen bleiben, was sind deine Erinnerungen? Also, Erinnerungen sind auf jeden Fall, einerseits natürlich hoffentlich ein sehr cooles Spiel, eine sehr coole Begegnung mit dem polnischen Volleyball und auf der anderen Seite natürlich auch kulturelle Einblicke, wie gesagt, Essen, auch wie die Stadt ist, auch wie das Feeling ist hier im Polen, die Kultur kennenzulernen und das sind wirklich Eindrücke, die ich hier mitnehmen möchte. Ansichtspur hier mit meinem Katholize bleibt für immer in deinen Erinnerungen. Vor allem die Siedlungen, also die Blockhaussiedlungen, die haben mir sehr gefallen eigentlich und auch die Geschichte dahinter habe ich sehr spannend gefunden. Würdest du wieder nach Polen kommen? Ja, um einen genaueren Einblick auf das zu bekommen, schon gerne, ja. Also, ich habe schon von einigen Leuten oder Freunden auch gehört, dass Polen eigentlich sehr viel kulturell aufzubieten hat. Und deshalb hat es mich jetzt umso mehr gefreut, dass das Rollerballspiel auf das stattfindet und wir das auch mal anschauen können. Dann geht's. Das war's für heute.